Okay, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Portal 2 im Koop-Modus und mit Lukas und mir, Roland. Oder Werwolf und Xenuels oder wie auch immer. Genau. Okay, wir haben mal Turrets, gell? Du musst aufpassen. Oh. Das wird spannend. Die schaltet man übrigens so aus. Genau. Oder auch nicht. Oder so. Machen wir den Roten weg. Nein, oder so. Oder... Lol. Achso. Ach, schön. Genau so. Dankeschön. Und jetzt? Hinter dir. Höh. 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 Mit Menschen. Höh. Höh. Ah. Oder so, ja. Höh. Da... Ja. Hm. Schwierig. Höh. Du musst bitte. Also, wir müssen durch. Gen... Äh. Hä? Hä? Mein Portal war irgendwie weg. Äh, ja. Chill kurz. Du kommst nur mal, gehst nur mal dort durch und dann setze ich ganz schnell um. Das geht ja dann... Und dann geht ja das da her. Wo mein... Wo mein Blaus jetzt ist. Da geht dann so ein Strahl her, oder? Ja, genau. Kann ja ich dann benutzen, um der Trend wieder abzusichern. Okay. So. Ja, genau. Hä? Warte. Jetzt schau... Jetzt schau du, dass du da irgendwie hier EPC gerätzt. Da. Ist jetzt auf... Ja, genau. Kommst du dir? Ist jetzt auf... Aber das sind jetzt nur eh die noch schiersten Kindern, gell? Man kann irgendwie... Ja, ich komm vorhin nicht durch. Achso. So. Mit? Na. Ich komm da nicht durch irgendwie. Hm. Ach, tschuldigung. Warte mal. Geh mal irgendwo in Sicherheit. Geht das? Ohne die Lichtwand. Ja. Okay. Au, au, au. Ist das nur umhaut? Ach, da kommst du her. Da kommst du her. Da kommst du her. So geht's weiter. Aber da sind heute... Da ist nur eine Reihe von denen. Links und rechts. Dann machst du dein... Genau. Genau. Und jetzt sind wir da zwischendrin. Hoffentlich safe. Naja. Nicht ganz. Lauf zu, lauf zu, lauf zu. Oh. Oh. Das muss... Warte. Warte. Und jetzt mach ich... Daher und... Daher. Loll. Loll. Oh. 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 Du musst... Du musst das da jetzt überlegen. Ja. Hm. Ach, warte. Wo immer das noch was. Das sitzt jetzt da her und... Warte. Das muss... Genau. Genau. Ja. Daher. Hm. Ein bissl mehr da ume. Ja. Bissl mehr da ume. Bissl mehr da ume. Genau. Und wie ist jetzt meins? Daher gehört schon wieder auf Zeiten? Ja. Und die haben wir mir voll safe. Oder hinter sichst du das? Na. Loll. Du hast Bärmigschubst. Du hast Bärmigschubst. Du hast Bärmigschubst. Mh. 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 Harte. Jetzt muss ich ihn erst mal richtig positionieren. Du warst am aufregenden Sprey. Da musst du schon ein aufrechter sitzen. Ist klar, ja. So, jetzt komm over. Schilder mach ich jetzt. Mhm. Genau. Du musst aber da her sitzen jetzt. Und welches? Verkehrs ist. Genau. So, jetzt chill mal ganz kurz. Du musst bei dem Button irgendwie pressen. Und das ganz schnell. Was macht der? Der macht irgendeinen Cube. Das heißt, einer muss sich da herstellen. Und den aufsammeln. Und einer muss da her an den Button pressen. Und dann... Du presst jetzt ganz schnell den Button, ja? Mh. Eins. Zwei. Drei. Nein. Ist das gepressed? Gimt da mal was? Ich hab's. Ähm... Du musst jetzt... Du musst jetzt dort renten. Mal. So. Genau. Haha. Optimall, optimal Junge. Warte, chill. Ja, ich laufe jetzt einfach rein. Ja, ne. Another test no one had ever completed before you two. Oh, the science we used to learn with this test. Now, the test is useless. Turm hochfahren, turmsuche, turm ziehverlust. Haha, ja. Okay, untertitel. Oh, oh, oh. Wie lange ist denn die Aufnahme jetzt? Fünf Minuten. Fünf Minuten, ja, okay. Schauen wir mal. Ah, scheint etwas Größtes zu sein. Das ist ein Turret, oder? Ja. Der hat doch das Kloß nicht durchgeschossen können. Aha. Hm. Hm. So einfach. Beziehungsweise, warte. Ja, durch. Da durch und umsetzen. Jetzt den... Warte. Welchem? Wir müssen beide durchgehen und da musst du dein Blaus umsetzen. Aua. Durch, 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 durch. Au, 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 au! Au, 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 au! Au, 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 au! Warte. So, jetzt sehtst du deins Doher und Doher. Äh, ja. Das würdest du nicht machen sondern ich würdest so machen. Da die Erwur. Genau. Das ist ziemlich besser. Und, au. So. Machst du dein Store her und wo müssen wir denn überhaupt ziehen? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Da hinten. Äh. Hat das funktioniert? Loll. Ich hab's aufgenommen, die Turret. Ich hab's in den Händen. Geil, nimm den mit. Ja. Aber der geht kaputt beim nächsten. Weil da ist irgendein, so, so, so Grill ist da. Ohhhh. Aua. Nicht auf mich. Oh. Oh. Oh, ich hab mich. Oh. Oh. Jijijijijij. Jijijijij. Jijijij. Oh geil, hab auch vorhin. Oh. Es wird nur lustiger. Bisschen leer vor. Ja genau. Ja, optimal, optimal. Hm, nicht ganz nah. Aua. So. Ja, optimal. Was bewirkt eigentlich das da? Äh. Ah, da hinten irgendwo. Ah, die Plattform da. Jeder, ja. So und. So vielleicht? Mhm. Na dann fahrst du ins Wurster. Und wenn du zu oben gehst vom Button? Was willst du tun? Ach so, warte mal. Jetzt fahrst du mal um. Ah nein, da geht's zu. Au, 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 au. Au, au. Ja, probier's einfach mal. Vielleicht komm's irgendwo aus. Ah ja, beim Button komm ich raus. Ich hab ihn gedruckt. Was macht das? Leider Glumpflugt umeinander. Ah ja, ich hab ein, ich hab ein Dings. Einen Cube. Brauchma den? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte jetzt zum Ziel geh. Ach nein, du musst wieder zurück zu mir irgendwie. Ist bei dir irgendwo eine Plattform? Also Portal-Plattform Na? Da hinten ist auch keine, na? Oh, da kann man nicht hin und... Da ist auch was... Da ist irgendwas, da ist irgendein Mechanismus, da... Du musst mir irgendwas durchwerfen Ah, da müssen wir wahrscheinlich jetzt hier... Da umhaut Chill mal Aber der fliegt aus dir, fliegt auf dir Aua Wir müssen mal mit Schwung durch So, so, was macht das? Du, das pflückt da... Also, das Zeig pflückt durch das Loch durch Und dann da hinten dagegen Genau Warte Jetzt drückt nochmal den Knopf Mhm Aha Aha So, also du hättest schon mal etwas gepowert Aha 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 Warte, dann kommen wir jetzt mal zu dir Gute Idee Ich form dich auf Danke Ja Und jetzt gehen wir da durch, oder? Ja Jetzt sind wir fertig Aua, Aua, Aua Ich hab's durchgeschafft Ich hab's durchgeschafft Und jetzt bin ich gleich hier Weil ich pack Okay Das war halt scheiße Genau, weißt schon Aua, Aua Aua, Aua Ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft Ja Ja Ich hab' doch das scheiß Telefon ausgescholt Man Geh's doch nicht schnell ohne, aber schon Was seh' der scheiß Bleib halt einfach aus Ach, komm, man So, wir haben jetzt brauch' das scheiß Telefon Äh, jetzt schäbt mir das Telefon aus, sonst geht es einfach wieder an Toll So, jetzt senden Batterien heraus und jetzt gehts nicht mehr auf. Doch, gäbe bestimmt wieder auf. Solarenergie. Oder sowas. Aua. Oh, da hinten ist es dir. Cool. Irgendwas happen bei accident oder mehr oder weniger. Ja, ist egal. Das ist nicht so wichtig. Ich gehe da hinten. Okay. Ah, da kommt nichts mehr. Ah, da ist ein Laser. Und was macht der Laser? Du musst irgendwas einstellen. Ah, da ist ein Ball. Der ist jetzt kaputt. Tu mir den Ball da rein. Ah nein, der kommt da raus, okay? Ja. Da ist eine Portal-Plattform-Möglichkeit. Und du kannst... Und um, glaube ich, kannst du... Ich kann das. Ich kann das machen. Jetzt geht mir. Hallo. Na. 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 So, jetzt. Wo muss der ziehen? Wo ist das? Na, wahrscheinlich den Kreislauf zu unterbrechen. Ah. Interessant. Schau her! Du kannst jetzt endlich mal von allen Seiten beobachten. So, oh, cool. Wow. Mächtig auch nicht. Toll. Na, nur von hinten, okay. Hihi. Oh, das schaut ja witzig aus. wir brauchen wieder ein bäun für da hinten offline da ist irgendein knopf jetzt ist online ich habe irgend so eine plattform zeig gemacht so also da hinten hätten wir noch so eine komische plattform aber da kann ich nicht durchschießen warte mal da oben ist auch eine da oben ist und das hält den ball auf und du kannst ihn fangen oder auch nicht oder auch nicht aber ich kann ihn da her leiten und dann kann ich vielleicht fangen ja interessant na oder nicht aber ich kannten na kann ich nicht wo könnten die dinge her von da hinten ach was jetzt hier ist einfach anders so wie wenn also schlau nicht nicht das hätte schon stimmt jetzt wo wir es noch mal nein ich muss es so besitzen noch mal probieren wo ist das portal und vielleicht unten und oben ding also müsste quasi den kopf stamm machen will zum kämmer aber dies gang vielleicht ist so du das noch nicht genau und jetzt sitzt die dode sie das war zu spät nicht mal hier genau dann wenn es dagegen braucht es dann sitzt die dumme in sie jetzt sagt vorhanden heute fast funktioniert vor nachvollziehend nicht kann man dies nachgeben es so hat es bis zum nächsten bis dahinten vielleicht nur was du bist wieder ja und es ist die dinge hast du im blick kann man da eine vielleicht kann man kann man sich das von davon oder sowas das geht schlecht hat dann Wenn man vielleicht da oben ist und springt... Na, das geht genau nicht. Wahrscheinlich ist irgendwas ganz Simplestes. Ach, warte mal ganz kurz. Sitze mal der Lichtbrücke nochmal da hin. Kann ich da irgendwie aufsteigen? Ich glaub nicht, ne? Also wir müssen mal irgendwie von der Seite aus da ein Portal hinsetzen können. Genau. Es geht aber nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Hm. Also welche Sachen erreiche ich von da? Die da brauche ich auf jeden Fall, weil wenn der da da eine fliegt, dann fliegt der irgendwo hin. Ich müsste nicht irgendwas mit dem da auf sich. Mit wo nochmal? Und die mit dem Portal. Aber jetzt fliegt genau da hin. Was fliegt denn im Verkehr? Ach, natürlich. Sobald das da dagegen gecrashed ist, setzt du dein Ding um auf da und dann kullerts zu dir zurück. Ach was. Jo. Jetzt umsetzen. Hast du es geschafft? Hast du es geschafft? Hast du schon hier? Ah lol. Ah ja. Ah lol. Boah, schon krass ey. Wie es ausschaut ey. Wie es ausschaut ey. Komm mal schon. Okay. Da sind wieder Scheuter zum Zeitgleich drücken. Oh, warte. Verkehrte Tasten. Na. Oh scheiße. Drei, zwei, eins. Ja. Exit. Ihr habt die verkehrte Tasten gedruckt. Plattform. Yay. Oh. 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 Interessant. Na. Na. Ah, na. Es bringt irgendwie nicht Fall. Da kann ich zur Fuß auch hingehen. Und so? Ich probier's mal. Kann man da irgendwas machen oben? Außer runterfallen eigentlich nicht frei. Ja, aber runterfallen gelangt doch eigentlich, oder? ich weiß nicht ob sie sich rentiert ich bin nicht gefällig nicht aber der Oma hat noch welche zum Schwung hol ihn da auf das kann man nicht benutzen und das da? das kann man benutzen naja das ist schon mal gar nicht so schlecht weil dann kann ich nämlich da ein Portal setzen und dann weiß ich noch nicht genau und dann ja da vorn oder? sowas ah können wir auch mit auffahr geh auf die Lichtbrücke und geh zu mir auffahr mhm genau und jetzt setzt setzt du deins setzt du deins da hin und da hin und ich spring dann und dann machst du dein hinsetzen hinsetzen zu langsam na ich bin gar nicht mehr hingekommen ich war falsch ja müssen wir nochmal machen aber so sogar ist richtig denke ich mal vielleicht ähm und ich komm da irgendwie scheiße bin im verkehrt Richtung gelaufen schlüee warte ich muss erst zur Lichtbrücke herauf warte lasse mich mal hier vorbei du hast schon wenn du jetzt der rautst da hieß es komm mir dann an Warte nicht, wir müssen halt beide, du musst, du musst, wenn ich springe, nein, nein, wir müssen wir, nein, wir müssen wir beide gleichzeitig, du musst quasi, während du fliegst, musst du gleichzeitig da und da, nein, Moment, da und da hinsitzen. Alter, du musst ja auch durch das da hinsitzen. Nein, du fliegst dann quasi da durch und dann crashen wir mir genau da in der Mitte, also da in der Mitte crashen wir mir genau in der Mitte zusammen und dann fliegen wir quasi senkrecht nach da unten. Oh, scheiße. Wow, das finde ich toll, wenn die Maustasten so leicht gehen, dass man aus Versehen draufkommt. Okay, dann das Ganze nochmal. Ah, jetzt habe ich es verstanden, ich muss also die gleichen Portale setzen, wie du gesetzt hast. Genau, nur auf der Seite. Und dann bremsen wir uns gegenseitig in der Luft aus. Genau, warte, die stellen wir genau drüber. Das ist aber mega, Schwabe, soll denn das funktionieren? Ähm, du musst zuerst durchsitzen und dann einfach nach unten schauen und das zweite durchsitzen. Genau. Und schnell sein. Ja, brauchst du einen Time-Moder, ist es egal. Nein, ich feiere einfach nur nach unten. Ja, cool. Haha. Haha. Yeah. Ja. 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 Okay, oh, ich glaube, okay, war weim. Oh, ach, CD, 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 CD. CD, CD. Ich exchig dich. Immer des classes, die, das ist wirklich, das finde ich da, ehrlich, so. Und, 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 und. Bla, 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 Ja, schon mir steht. klar in der in der in der in der in die in ja noch blabla blabla das war gut ja nach dem schweren Rätsel oder langer Rätsel würde ich sagen macht mir jetzt wieder Schluss für heute und macht mir das nächste Mal an dem Punkt weiter ja wir können jetzt sowieso wieder in die Hauptkammer genau wunderbar also bis zum nächsten Mal und haut rein Leute tschüss